Moin Leute und willkommen zu einem erneuten Video auf unserem Kanal. Heute habe ich mich einfach mal dazu entschieden, euch alle 20 Locations des Double Action Revolvers zu zeigen. Da mir auch gestern, als ich das selber gemacht habe, aufgefallen ist, dass das schon ein bisschen gedauert hat, diese Location zu finden. Und ich einfach denke, dass es relativ einfach wäre, wenn man ein Video dazu hat, wo die ganze Location sind. Und ja, also ihr müsst halt wieder 5 Minuten warten, wenn ihr euch anmeldet, bis ihr eine Mail bekommt. Es wird bei jedem unterschiedlich sein. Wie gesagt, es gibt 20 verschiedene Locations. Ich kann dazu jetzt leider kein Bild einblenden, also wie dieses auf dem Handy aussieht. Aber ich kann immer noch unten dazu schreiben, welche Location das ist. Und dann könnt ihr das ja anhand eures Bildes sehen, welche Location das dann in dem Fall ist. Und ja, ich denke mal, dass es einfach eine kleine Hilfe sein könnte. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon für meinen Kommentar in diesem Video. Ich werde das alles mit ein bisschen Musik laufen lassen, euch ja mal einblenden, welcher Standpunkt das ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, also zwar hilfreich. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.